Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute vergleichen wir ein 4500 Euro MacBook und eine 4500 Euro Windows Workstation miteinander und knüpfen entsprechend an mein letztes Video an, ist das MacBook ein perfekter Computer für Architekten und möglicherweise sogar ähnlich stark wie eine gleich teure Workstation? Und bevor wir jetzt tiefer in den Vergleich einsteigen erstmal noch die technischen Spezifikationen beider Kontrahenten. Mein MacBook ist aus 2019 und hat einen 8-Kern-Prozessor von Intel mit 2,3 GHz Basistakt, 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 2667 MHz und eine Radeon 5600M mit 8 GB HBM2-Grafikspeicher. Meine Workstation hat einen 24-Kern-Prozessor von AMD mit 3,8 GHz Basistakt, 128 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3200 MHz und eine NVIDIA GeForce RTX 3060 mit 12 GB Grafikspeicher. Schaut man sich nur die technischen Daten an, liegt das MacBook meilenweit hinterher, trotz gleichem Preis. Ob sich das auch in den Benchmark-Tests widerspiegelt, schauen wir uns als erstes an. Dafür nutzen wir Cinebench für die Bewertung der Prozessorleistung und 3DMark Timespy für die Grafikleistung jeweils unter Windows. In Cinebench wird sowohl die Single-Core-Leistung als auch die Multi-Core-Leistung anhand eines Test-Renderings ermittelt und mit Hilfe eines Punktes-Scores verglichen. Der Intel i9-9880H des MacBooks schafft hier 1057 Punkte im Single-Core und 7030 Punkte im Multi-Core-Test. Im Vergleich dazu bringt es der AMD Threadripper 3960X auf 1318 Punkte im Single-Core und sagenhafte 34.791 Punkte im Multi-Core-Test. Insgesamt ist die Multi-Core-Prozessorleistung also etwa fünfmal stärker als beim MacBook. In 3DMark Timespy schafft die Radeon 5600M aus dem Apple MacBook ein Score von 3783 Punkten und ein Gesamtscore von 4030 Punkten. Wohingegen die Nvidia GeForce RTX 3060 aus der Windows Workstation mit 8693 Punkten im Grafikscore und 9100 Punkten im Gesamtscore deutlich über dem MacBook steht. Für eine Render-Workstation ist nicht in erster Linie die Grafikleistung relevant, sondern vor allem ein starker Prozessor und viel Arbeitsspeicher. Wie Prozessor, RAM und Grafikkarte ins CAD-Programm Zusammenhänge erkläre ich in einem anderen Video. Die Theorie ist das eine, aber die Praxis natürlich was völlig anderes. Um beide Computer unter echten Bedingungen zu testen, habe ich zunächst 3DS-Macs jeweils unter Windows geöffnet und ein kleines Modell über den Corona-Renderer gerendert. Unabhängig davon, ob das Bild fertig gerendert ist, habe ich den Vorgang nach fünf Minuten gestoppt. Der Windows-PC hat in dieser Zeit 22 Durchgänge geschafft und das MacBook nur fünf. Wenn man das gerenderte Bild jetzt noch 500% ranzoomt, sieht man, was genau das bedeutet. Das Rendering von dem Windows-PC ist bereits nach fünf Minuten nutzbar, wohingegen die Bilddatei des MacBooks noch nicht verwendbar ist. Die Grafikkarte kann man beispielsweise testen, indem man den Task Manager öffnet und auf die Leistungsanzeige der GPU wechselt. Man öffnet ein 3D-Modell und schaut sich dazu parallel die Auslastung an. Die Grafikkarte ist sowohl im MacBook als auch im PC selten voll ausgelastet. Und für alle, die nebenbei gern auch noch zocken, das funktioniert sogar auf dem MacBook ruckelfrei. Es war natürlich von Anfang an ein ungleiches Duell mit vorhersehbarem Ausgang, allerdings wollte ich hauptsächlich wissen, ob das MacBook tatsächlich so weit zurückhängt und ja, das MacBook kann auf keinen Fall mithalten. Jedenfalls was 3D-Renderings angeht. Sowohl in den theoretischen Benchmark-Tests als auch in der Praxis ist der Windows-PC stärker, allerdings ist der Leistungsunterschied im Alltagsbetrieb weitaus weniger bemerkbar, als die Testergebnisse vermuten lassen. Und wer jetzt argumentiert, dass sich die wenigsten ein MacBook für 4.000 bis 5.000 Euro kaufen, das Prinzip lässt sich natürlich auch auf günstigere Geräte runterbrechen. Für weniger als 2.000 Euro bekommt man problemlos ein Windows-PC mit einem 12-Kern-Prozessor, 64 GB RAM und eine solide Grafikkarte. Bei Apple reden wir bei dem gleichen Preis eher von 6 bis 8-Kern und 16 GB RAM. Als Fazit kann man sagen, dass Apple im professionellen 3D-Rendering-Bereich im gleichen Preissegment nicht mithalten kann. Das gilt sowohl für die MacBooks als auch für die iMacs. Falls komplexe und umfangreiche 3D-Modelle im Alltag kein Thema sind, würde ich persönlich aktuell trotzdem zu Apple-Produkten greifen. Für mich persönlich ist der gute Workflow und die hervorragende Integration bzw. Kommunikation aller Apple-Geräte untereinander deutlich wichtiger. Zudem ist der Kauf eines MacBooks oder iMacs immer ein Komplettpaket mit sehr guten hochauflösenden Displays, Tastaturen und Mäusen. Setzt man ausschließlich auf reine Leistungsdaten, ist ein Selbstbaupc weiterhin unschlagbar. Im letzten Video über das MacBook bin ich noch mehr auf die Software eingegangen. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ist es in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.